Insa TV, Land und Leute sind unsere Stars. Die nunmehr vollzogenen Öffnungen und Erleichterungen für das Alltagsleben geben für die Veranstalter von Messen noch immer kein grünes Licht. Für die Messe Ried sind die kommenden Entscheidungen enorm wichtig. Wir befragten Rieds Messedirektor Helmus Lessack. Herr Direktor Lessack, das Jahr 2021 vielleicht doch noch ein Messejahr? Ein Messeherbst. Wir sind relativ guter Dinge und die Zeichen stehen gut, dass wir im September wieder eine Riedermesse erleben können. Und dann glauben wir auch, dass auch die nachfolgenden Veranstaltungen stattfinden werden. Es scheitert ja derzeit noch an den 20 Quadratmetern, wenn ich so richtig informiert bin. Unter anderem. Also bei Großveranstaltungen, wo keine zugewiesenen Sitzplätze sind, das ist nach wie vor extrem schwierig zu veranstalten. Natürlich ist jede Veranstaltung unterschiedlich. Man muss auch jetzt ganz klar zwischen Messe und Volksfest unterscheiden. Und natürlich auch die Maskenpflicht im Freien ist etwas, was viele Leute, egal ob Besucher oder Aussteller, nur schwer akzeptieren. Apropos Aussteller, wie sehen die die kommende Messe-Saison? Es wollen sehr viele. Also es ist auch von den Anmeldezahlen bisher so, dass man aufgrund der schwierigen Zeit durchaus zufrieden sein kann. Also wir stehen bei rund zwei Dritteln der Aussteller von 2019. Aber natürlich warten auch noch viele ab. Und ich sage, da ist, glaube ich, in beide Richtungen bei Ausstellern noch viel offen. Also es kann jetzt, wenn sich die Lage weiter so positiv entwickelt und auch Maßnahmen zurückgefahren werden, glaube ich, dass wirklich noch ein Riesenandrang herrschen wird. Wenn es vielleicht die Lage sich nicht verbessert, ist es natürlich auch noch mit Stornierungen zu rechnen. Es wird ein Volksfest oder kein Volksfest geben, Ihrer Meinung nach? Ich glaube nicht, dass es ein Volksfest geben wird, wie wir es bisher gekannt haben. Und ich glaube, man wird auch unterscheiden müssen zwischen Vergnügungspark und Volksfest in den Hallen. Aber letztendlich sind da jetzt noch keine Richtlinien draußen zu diesem Thema und wir haben da Dinge und hoffen, dass wir spätestens im Juni hier auch Gewissheit haben. Zwei Monate später wäre die Haus und Bau auf dem Plan? Genau. Ja, wir hätten dann ein paar Veranstaltungen. Wir hätten die Modellbaumesse, es wäre eine Gastmesse, eine Hundemesse bei uns. Es wäre die Lehrlingsmesse wieder, es wäre neu, die Whisky, Gin & More. Also der Messeherbst ist gut geplant. Die Termine sind ziemlich voll. Wie gesagt, aus heutiger Sicht sind wir positiv, aber wir haben uns in den letzten knapp eineinhalb Jahren immer wieder überrascht worden. Deswegen ist eine endgültige Prognose hier noch sehr schwierig. Merkt man irgendwo eine Stimmung in der Bevölkerung, auch bei den Ausstellern, die also jetzt erst wissen, wie wichtig derartige Veranstaltungen sind? Ja, natürlich. Also das gibt es. Es wollen viele unbedingt wieder kommen. Natürlich haben auch andere jetzt andere Vertriebswege gefunden, auch erfolgreich gefunden, das muss man schon sagen. Aber ich glaube, letztendlich wird sich das Messewesen auch weiter durchsetzen. Und wie gesagt, wir sind da sehr zuversichtlich, dass wir mit unseren Angeboten auch sowohl für Aussteller und Besucher weiter attraktiv sind. Ob zur Landwirtschaftsmesse auch der Vergnügungspark, die Krüge in den Bierhallen, die Menschen auf den Bänken und Tischen oder mit einem guten Achterl in der Weinhalle angestoßen werden kann, bleibt auf jeden Fall noch offen. Man kann nur hoffen.